Hmm, Gadget Alarm, Nord-Nord-Ost. Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Heute schauen wir uns mal einen Mini Kompass für euer Kaninchen an. Ne, natürlich nicht, das hier ist nur ein kleines Zubehörteil. Das kommt mal darüber zu dem Kabel und hier rum soll es heute gehen. Ja, eine dicke, fette Powerbank mit, ihr seht schon, Solarzellen obendran und, ja, Wireless Charging, Taschenlampe und einigen Anschlüssen. Und wir stellen uns heute mal die Frage, erstens, funktioniert das Wireless Charging? Zweitens, bringen diese Solarzellen wirklich was zum Aufladen? Tja Leute, ich habe es ausprobiert und jetzt kommt das Ergebnis. Also, womit fangen wir an? Am besten mal mit den technischen Daten. Wir haben hier eine 10.000 mAh große Powerbank. Sie ist IPX4 zertifiziert, das heißt, sie ist Splashproof. Splashproof, also da kann ruhig mal ein bisschen Wasser dran spritzen. So einen kleinen Regenschauer kann sie auch ab, aber zum Untertauchen ist die Powerbank nicht geeignet. Wir haben eine ganze Menge Anschlüsse dran, die verbergen sich hier hinten hinter dieser Klappe. Dort finden wir einmal einen ganz normalen Micro-USB-Anschluss, einen USB-A-Anschluss und einen USB-Applaus-Bitte-Typ-C-Anschluss. Sehr schöne Sache. Und wir können über zwei von diesen Anschlüssen dann auch aufladen, nämlich über USB-C und über Micro-USB, jeweils mit 5 Volt und 2,1 Ampere Leistung. Der Output erfolgt hier über den USB-A-Anschluss in der Mitte, das heißt, da könnt ihr euer Ladekabel anschließen und bekommt 5 Volt und 2,1 Ampere Output Leistung da insgesamt raus. Dann haben wir noch unser G-Wireless Charging Pad auf der einen Seite, das bringt maximal einen Output von 5 Volt und 1 Ampere, ist also eher auf der, ja ich sag mal langsamen, gemächlichen Seite, aber immerhin eine richtig tolle Option, dass das hier mit eingebaut wurde. Und das Wireless Charging hat einwandfrei funktioniert. Man muss es nur einschalten über den kleinen Schalter hier, der an dem einen Bumper versteckt ist an der Ecke und dann klappt das iPhone auflegen. iPhone 10, damit habe ich es getestet, lief wunderbar, natürlich schön langsam, ungemächlich, aber es funktioniert. Und wir haben hier auch einen schönen Gummiring, der dann verhindert, dass euer iPhone hier allzu leicht runterrutscht, aber ich kann es euch sagen, es rutscht eben doch. Stellt es nicht schräg hin, ich habe es auf der Couch stehen gehabt und das war ganz leicht abschüssig und dann hat sich mein iPhone hier von der Powerbank verabschiedet und ist durch die Couch-Ritze bis runter auf den Boden geknallt. Zum Glück ist nichts passiert, aber das nur als kleine Warnung. Verlasst euch nicht auf den Gummiring, so viel Haftung bietet der eben dann doch nicht. Ach übrigens hier der kleine Kompass, der hier ganz am Anfang zum Vorschein kam. Ja, der ist ja auch mit dabei, denn das ist ja ein Outdoor-Expertengerät, kleiner Karambida, kleiner Kompass und das kann man dann hier an diese Lasche hier noch dran machen und da kann man das befestigen. So und dann mit dem Karambida hier irgendwie die ganze Powerbank aufhängen und man findet immer noch seinen Weg mit dem kleinen Kompass. Ja, sogar dann, wenn der Handy Akku leer ist, denn da steckt ja auch ein Kompass drin. Mitgeliefert wird hier noch ein kleines Kabelchen und zwar Micro-USB auf USB-A. So viel nur dazu, kleines Zubehörteilchen. Dann haben wir noch quasi als Outdoor-Funktion eine Taschenlampe hier dran. Ihr seht, wir haben zwei LEDs und die werden auch über den einen Schalter hier aktiviert. Wenn ich den gedrückt halte, dann werden die LEDs eingeschaltet und ja, die sind ganz nett, machen jetzt nicht mega hell, aber ist eine nette Zusatzfunktion. Vor allem mit der Powerbank hier brennen die Dinger echt quasi ewig. Also schöne kleine Funktion, wenn man irgendwo campen ist, dann weiß man sowas durchaus zu schätzen. Aber jetzt zum eigentlichen Feature, das ist ja hier das Solarpanel. Und da will ich natürlich wissen, bringt das Ding was? Ihr seht hier oben schon die Anzeigen. Ich habe einmal hier die Ladeanzeige von der Powerbank, also nur noch ein Pünktchen. Und insgesamt ist das unterteilt in vier Teile, also je 25%. Ich habe jetzt hier maximal 25% geladen. Und hier habe ich nebendran noch so eine kleine Sonne und eine grüne LED. Und wenn ich mal die Hand hier drüber halte, über die Panels, seht ihr, die grüne LED ist aus. Und wenn ich sie wegnehme, geht sie wieder an und zeigt mir an, dass hier gerade aufgeladen wird. Und optimal wird hier nur dann aufgeladen, wenn wir mindestens 25.000 Lux Helligkeit haben, die hier draufknallen. Und dann wird maximal mit 180 mA geladen. Ja, das sind Zahlen, mit denen kann man nicht wirklich viel anfangen. Deswegen habe ich es einfach in der richtigen Welt ausgetestet. Wunderbar sonnige Tage hatte ich und habe dann die Powerbank hier morgens schön auf die Terrasse gelegt. Die Sonne hat draufgeknallt den ganzen Tag fast und dann habe ich mal nachgeschaut. Und nach dem ersten Tag hatte ich ja gerade mal ein Lämpchen hier bei der Akkustanzanzeige leuchten. Naja, dachte ich, war ja jetzt nicht so eine tolle Ausbeute. Also den zweiten Tag auch nochmal in die Sonne reingelegt und ich hatte ja gar keine Veränderung. Dann dachte ich, okay, lege ich es noch einen dritten Tag wieder in die Sonne. Und ich hatte ja wieder keine Veränderung. Also das Ding, das lädt einfach extrem langsam. Und das muss man einfach sich bewusst machen. Das ist hier mal wieder, ich habe es bei anderen Solar Powerbanks schon gesagt, nur ein Gimmick. Wenn ihr in der Wüste Gobi seid und ihr habt mal so zwei Wochen Zeit, das Ding in die Sonne zu legen, um es voll aufzuladen. Ja, dann funktioniert das. Aber wenn ihr denkt hier, ich bin beim Campen, lege das hier mal einen Nachmittag hin und dann kann ich hier wunderbar mein Smartphone wieder direkt mit aufladen. Nee, Freunde, das funktioniert nicht. Dafür ist das Solarpanel hier einfach zu klein geraten. Da muss wesentlich mehr Fläche, wesentlich mehr Leistung her, damit hier wirklich ordentlich aufgeladen wird. Also das ist ein Gimmick. Allerdings der Rest der Powerbank ist kein Gimmick. Das funktioniert gut. Das Wireless Charging funktioniert gut. Ich finde es auch schön, dass wir hier so viele Anschlussmöglichkeiten haben. Allerdings finde ich es schade, dass wir nicht über USB-C auch Geräte aufladen können, sondern das wird lediglich als Input gekennzeichnet. Aber zumindest haben wir so die Möglichkeit, USB-C und USB, Mikro-USB anzuschließen und damit die Powerbank nochmal zusätzlich aufzuladen, wenn es dann doch mal schneller gehen soll als in zwei Wochen über Solar. Ja, ansonsten, ja, schöner Blick finde ich hier mit dem Schwarz und dem Orange. Das sieht echt nett aus und kann man machen. Ist eine nette Powerbank. Hat so wunderbar funktioniert. Wie gesagt, 10.000 mAh mit den kleinen Zusatzfunktionen, Taschenlampe, viele Anschlüsse, Solar und Wireless Charging. Schönes Ding. Allerdings, ich warte echt noch auf die Powerbank, bei der ich sage, yes, legt sie in die Sonne und ihr könnt nach einem Tag euer Smartphone wieder dran aufladen. Wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was. Aber das soll es gewesen sein. Das war die Blavor, ja, wie heißen die eigentlich? PNW05 G-Solar Powerbank. Ja, sehr einprägsam. Also ihr findet den Link hier unten in meiner Videobeschreibung. Freunde, falls ihr euch die mal anschauen wollt oder die ihr euch doch für den nächsten Outdoor-Urlaub dann zulegen möchtet mit der Taschenlampe, ja, tut euch keinen Zwang an. Klickt drauf, schaut sie euch an. Kein Totalausfall, aber naja, zumindest das Hauptfeature hier, das ist nur ein kleines Gimmick. So, habe ich oft genug gesagt, oder? Gimmick, Gimmick, Gimmick. Ich gebe dann mal zurück ins Sendestudio und sage vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Woah- woah- woah-. So, and I hope I can. Vielen Dank.